Rein damit, reicht nur nicht. Mach's gut. Na, Aschenbeutel ist der König immer noch nicht da. Wie hast du gemerkt, dass ich es bin? Nicht ich, das war der Nikolaus, der Wittertich auf eine Meile. Und warum siehst du denn nicht, wie die anderen den Festzug an? Sie lassen mich nicht. Ich bin sowieso lieber bei euch. Nicht mal auf den Prinzen, bist du neugierig? Als er letztes Jahr hier vorbeigeritten ist, hab ich ihn ja schon gesehen. Na und, hat er dir gefallen? Nikolaus gefällt mir von allen am besten, nicht wahr, Nikolaus? Sie kommen! Da sind sie schon. Ruhig jetzt, Kinder, sie kommen. Ach, bin ich aufgeregt. Mama, ob der Prinz auch dabei ist? Ja. Mama. Sie kommen. those Shawnen. Dieİ- Wo treibst du dich denn rum, Kasperle, du Ausreißer? Jetzt spiel nur nicht den Scheinheiligen. Sei brav und geh zurück, den König begrüßen.